... ... ... ... ... ... ... Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute im Mannlich-Haus in Zweifel begrüßen zu dürfen. Heute ist in jeder Hinsicht ein großer Tag für uns hier. Einmal natürlich stellt Herr Arjen Katzberg seine fantastischen Fotografien aus. Da komme ich nachher noch dazu. Aber nach anderthalb Jahren ist es gelungen, auch die Räume auf der Gegenseite für die Ausstellung zu kriegen. Und das freuen wir uns natürlich alle sehr. Arjen Katzberg ist ein jung gebliebener Mann. Ich habe jetzt schon gehört, man kann sich gar nicht vorstellen, dass er vor 40 Jahren Abitur gemacht hat. Ich denke, das war ein Abitur bei Hochbegabten. Das hat er wahrscheinlich mit sieben gemacht oder mit acht oder so was. Wir haben heute jetzt eine private Retrospektive von Ihnen. Hier hängen 40 Fotografien und das geht für diese 40 Jahre, die das Abitur her ist. Große Wiedersehen, Freunde. Und jetzt, ich habe mir die Bilder auch intensiv noch mal heute angesehen. Die sind einfach klassisch, das kann man dann sagen. Was erwartet uns hier? Uns erwartet urbane Architektur und kleine Menschen, ganz kleine Menschen. Die Natur kommt bestenfalls als solitäres Zitat vor. Zum Beispiel auf diesem Bild hier sieht man so einen kleinen Baum, der auf einer gigantischen Fassade aufgebaut ist. Der Titel der Ausstellung heißt Big City Life, die große Stadt. Und das ist natürlich die Frage, was ist groß? Die größten Städte liegen heute wohl in China. Das alte Kanton ist wohl eine der größten Städte der nördlichen Hemisphäre geworden. Wir haben mit 18 Millionen Einwohner, 12 bis 18 Millionen, je nachdem, wie man das rechnet. Da können wir natürlich hier in Germanien und im Südwesten nicht mithalten. Zweitbrücken hat 27.000 Einwohner. Klamm, da will. Ja, 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 ja. Und Zweitbrücken, weil sie jetzt zufällig sind mit den eingemeindeten Regionen 365.000, Mainz wird auch so in der Größenordnung liegen. Ist noch kleiner. Ist noch kleiner. Das heißt, man muss also schon in die Big Cities fahren, um diese Bilder dann machen zu können. Zur Person, das er ab und zu gemacht hat, mit 7 und 8 haben wir schon erwähnt. Und Achim ist ein Mensch, der hier in Zweifeln geboren ist. Ein echter Zweifelgang. Und es hat ihn dann hier auch in die Fotografie gebracht, wie ich gesehen habe, die biografischen Daten. Er hat also Geld so ein bisschen gewonnen bekommen, zur Konfirmation. Davon hat er sich die Spielereflexkamera gekauft. Und mit seinen Kumpels hat er alles fotografiert, was mit Bede und Nagelfest war. Eine einzelne seiner Fotografien kamen damals schon in die Einfall zu den Pfälzer Merkur. Also hat er schon einen gewissen Berühmtheitsstatus erlangt. Dann haben seine Eltern gesagt, er soll mal was Vernünftiges lernen. Und das hat er als volksamer Sohn auch gemacht, durch diese berufliche Tätigkeit. Und er hat dann vor einigen wenigen Jahren den zurückgefunden zur Fotografie und ist jetzt wohl als Berufsfotograf, als Künstler unterwegs. Was sehen wir jetzt auf diesen Bildern? Wir sehen Ausschnitte aus dieser modernen Architektur. Und diese moderne Architektur ist menschengemacht. Der Mensch ist der Protagonist. Aber der kommt eigentlich nur an so kleinen Männlein in den Bildern vor. Aber er ist eigentlich der Verursacher und der, der das Ganze fertig bringt. Ästhetik, die aus den Düren spricht, ist wirklich ganz besonders. Ich habe mir jetzt erklären lassen, warum diese Bildchen da hinten an der Wand unterschiedlich hoch hängen. Da gibt es eine durchgehende Linie, eine Art Horizontlinie, die rauf und runter geht. Und entsprechend dieser Linien sind die Bilder angeordnet. Ich würde sagen, es ist sehr subtil. Das würde mir jetzt so, wenn mir das nicht aufgefallen, einfach kann jeder. Ich bedanke mich, dass ich das mit einwand. Und nehme das Dank zur Kenntnis. Wie kommen die Bilder zustande? Die Bilder, man sieht etwas, der Künstler sieht etwas und hat dann eine Idee. Und wie auch ein Berufsorthografen jetzt schon gesagt hat, die Männer laufen dann natürlich wieder weg. Und dann muss man sich hinstellen und warten, bis wieder einer beikommt, damit der Gesamteindruck erstimmt. Also diese Bilder wirken natürlich auch, dass vorbeilaufende Menschen und so weiter wirken sehr spontan und eben auch viel geschuldet. Aber das ist natürlich eine kompositorische Leistung, die mit diesem ästhetischen Auswahlprinzip zusammenhängt. Dann gibt es Kunstzitate. Sie werden dieses Bild da, wo der Mensch aus dem... Schau, das wird jeden, der es so ein bisschen auskennt, wird das an berühmte englische und amerikanische Maler erinnern. Und ich kann Sie nur auffordern, sich diese Bilder in Ruhe anzusehen, sich das auf sich wirken zu lassen. Es hat sehr viel mit Geometrie zu tun, grafisch aufgelöst, Wiederholungen, Kamalamenten und alle diese Dinge, die es gibt, die Reize bilden. Dann gibt es noch was, der Amin Katzberg war, Achim Katzberg, Entschuldigung, war wieder in seiner Heimatstadt, Zweitrücken, und hat da ein tolles, ein tolles Fotoband gemacht, wirklich sehenswert, den kann man bei ihm auch wirklich ermerken. Die Bilder natürlich auch, aber Sie wissen ja, dass das hier keine Verkaufsausstellung ist. Also wenn Sie sich für die Dinge interessieren, können Sie den Künstler direkt ansprechen und können mit ihm irgendwas da vereinbaren. Das hat mit uns hier nichts zu tun. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Interesse und übergebe das Wort an Herrn Katzberg. Ja, erstmal vielen Dank an dich für deine tollen Worte zur Ausstellung, zu meiner Person. Da habe ich mich dann wiedergefunden, auch was die Bilder anbelangt, auch was meine Person anbelangt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo ist die deine Frau, die Jutta, fand ich ganz toll, dass sie letztes Jahr im Sommer spontan gesagt hat, als sie meinen Flyer gesehen hat, wir machen was zusammen. Ja, und ich freue mich echt, dass so viele da sind. Wie ich schon gerade gesagt, das Sehen hier, das ist an einem Wochenende entstanden. Ich saß nämlich mit meinem Jugendfreund und Kumpel und immer noch Freund, erstaunlicherweise, bei einem Bierchen zusammen und sagte, also nach dem Tod meiner Mutter war das im Frühsommer 1922, ich habe Bilder aus Kopenhagen, New York, Madeira, Amsterdam, was auch immer, aber ich war seit unserer Jugend nicht mehr in Zweifel im Fotografieren. Warum eigentlich? Und ich habe dann tatsächlich gesagt, ich miete mir irgendwie eine Ferienwohnung, weil zwei Wochen vorher habe ich die Wohnung meiner Mutter zurückgegeben, damit ihr nicht kennen könnt. Ich habe mir eine Ferienwohnung gemietet, war ein Wochenende in Zweibrücken. Was hier drin ist, ist wirklich nur an einem Wochenende entstanden. Also es ist jetzt kein breites Bild von Zweibrücken, sondern das ist mein Zweibrückenwochenende nach dem Abschied von meiner Mutter. Und auch hier, die Szenen drin sind auch alles ungestellte Alltagssituationen, bisschen Architektur, bisschen Grafik drin. Kostet 10 Euro, ist hier, wie gesagt, eigentlich, habe ich einige davon dabei. Und ansonsten schauen Sie sich die Bilder an. Ich bin da für Fragen, wie es der Franz Walter gerade schon gesagt hat. Sind die Bilder alle nicht inszeniert. Es geht so weit, dass ich die Personen auf den Bildern nicht kenne, mit einer einzigen Ausnahme. Aber auch das Bild ist nicht inszeniert. Und tatsächlich, das Titelbild von der Ausstellung ist, meine Frau, wir standen auf Madeira. Also, wir waren auf Madeira. Madeira ist grün, grün, grün. Für urban, grafisch, minimal ist da eigentlich nichts. Auf der Rückfahrt zum Flughafen habe ich gesagt, ich muss in dieses Museum für moderne Kunst, Modas. Deswegen heißt das Bild auch Modas. Ich muss da einfach nochmal hin. Und dann hat meine Frau sich getummelt, ich habe mich getummelt. Und dann auf einmal sehe ich sie da stehen und mit der Spiegelung. Und schon war meine Frau abgelichtet und gehört heute zu meinen Topseller. Also meine Frau ist einer meiner Topsellerin. Aber nicht die Topsellerin, also da hängt. Und das jetzt. Nee, stimmt nicht. Weil hinter dem Kameramann Baker Street ist der Topseller im Moment. Also das ist das meistverkaufteste Bild. Und meine Bilder sind alle als Motivlimitierung aufgelegt. Also in Großformaten, egal in welchem Format. Also alles was größer ist als 30 Zentimeter wird, ist das nur 25 Mal geben. Das ist ein Ehrenwort, was die Fotografen auch geben, als ich für das Buch drüber. Das nur auch schon mal als Hinweis, weil die Frage auch immer gern kommt. Ansonsten gerne fragen. Ich bin auf jeden Fall da heute und auch die nächsten Wochenenden. Immer von 15 bis 18 Uhr ungefähr. Viel Spaß. Viel Spaß.